Ich möchte etwas über latente Tendenzen, möchte ich genau das sprechen. Latent bedeutet, dass da etwas ist, was sich nicht wirklich manifestiert hat. Und mit Tendenzen meine ich die Strukturen des Verstandes. Sexueller Missbrauch oder auch körperlicher Missbrauch oder emotionaler Missbrauch, wenn wir klein sind, ist eine extreme Version von latenten Tendenzen. Das Wort latent bedeutet, dass wir nicht wirklich damit in Kontakt sind. Was wir hier in der Gemeinschaft über die Jahre entdeckt haben, weil diese Gemeinschaft ist ja auf Freiheit fokussiert. Wir versuchen hier nicht spirituell zu sein. Wir wollen frei sein. Das ist ein kleiner Unterschied. Also was wir entdeckt haben, ist, dass wir alle schon frei sind. Was hält uns davon ab, in jedem Augenblick frei zu sein? Das sind die latenten Tendenzen. Was wir hier in der Gemeinschaft machen, ist, herumzugraben. Ganz tief im Keller zu graben. In diese Ecken, in die wir nicht hineinschauen wollen. Weil wir vielleicht die Vorstellung haben, dass es dort nicht so gemütlich ist. Oder wir denken vielleicht, dass es sehr schmerzhaft werden wird. Und so haben wir eine Art Schutzwall kreiert. Manche Leute haben auch eine Betonwand kreiert. Und wir leben außerhalb dessen. Auf eine oberflächliche Art und Weise. Und wir möchten nie wirklich da reinschauen, in diese dunklen Ecken des Kellers. Freiheit braucht Mut. Weil wir in der Lage sein müssen, uns unsere latenten Tendenzen anzuschauen. Und die können auch sehr subtil sein. Also die müssen nicht notwendigerweise irgendwelche dramatischen Ausflückungen haben. Es kann sein, dass das sehr subtile Strukturen sind, die nicht so leicht zu finden sind. Wie kann man sie denn finden? Im täglichen Leben. In unserer Gemeinschaft tun wir all die Dinge, die man auch macht, wenn man irgendwo anders lebt. Wir gehen einkaufen. Wir essen mit, kochen Mittagessen. Wir spülen ab. Wir putzen den Boden. Wir machen die Betten. Alles, was man überall woanders macht, machen wir auch hier. Aber während wir es tun, dann schauen wir auch, was für ein Muster vielleicht erscheint. Das ist ein Muster. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020